Das ist jetzt Quarantäne-Zone. Okay, bei mir steht halt jetzt schon wieder heiliges Symbol. Das hängt so hinterher, ey. Okay, Leute, dann kommt jetzt Quarantäne-Zone. Diese zwei Platze, die einfach rumgetanzt sind. Großartig. In der Mitte dieser Zone gibt es ein heiliges Symbol. Unerlässlich für die große Reise. Ich muss es finden. Wir sollten direkt ins Zentrum der Verseuchung. Das Symbol holen und alle Flugs, die wir sehen, vernichten. Der Parasit ist kein Pappenstiel. Ich hoffe, Sie wissen, was Sie tun. Vorwärtskrieger, fürchtet wie der Schmerz noch tot. Losgebieter, wenn die Verstärkung da ist, kommt nicht nach. So. Da holen wir auch einen. Ist da noch einer? Da wäre ein Panzer gewesen. Warte. Ja, warte. Warte, 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 warte. Steig aus. Der Sack soll da aussteigen. Echt? Warte, kann ich denn ins Geschütz? Oh Gott, wie ist das passiert? Oh Gott. Der soll doch mal aussteigen. Steig vom Geschütz runter. Steig ein, Felix. Oder soll ich fahren? Ich bin im Geschütz. Oh Gott. Schieß oben auf das Ding. Ja. Lach ich. Oh, wie cool das ist. Das mag ich, das Ding. Da hinten. Laser. Alter, Falter. Alter, Falter. Es ist kaum noch was. Es ist kaum noch heil. Merks. Aber egal, wir rushen jetzt mit dem zusammen. Ah, guck mal, so einen kleinen, so einen kleinen Pimmelboost hat er auch am Start. Was ist der denn? Warum bleibt der denn stehen? Da, da hinten. Vernichte ihn. Gebe ihm, gebe ihm. Oh ja. Die Musik geht wieder ab. Gitarrensolo. Vorsicht, der feindliche Ghost, feindliche Ghost. Vor uns, vor uns, genau vor uns. Der Feind hat den Ghost übernommen. Zerstör ihn. Ich schieße so viel drauf, wie es geht. Das ist auch ein feindlicher, oder? Und in der Luft, genau. Der Böse? Der scheint nicht böse zu sein. Okay. Oh, hinter uns geht was ab. Jo. Hier ist so ein Destiny-Boss. Ja, macht dir kalt. Der Destiny-Boss. Was? Ich meine, ich sehe, was du meins. Oder? Ja. Doch. Aber ich meine, es ist Bungie, ne? Gewesen, da war zumindest noch. Hier machen wir den Laser-Typen, genau. Äh. Äh. Vernichten. Das ist Böse, nee, das ist ein Freund. Ja, das sieht man immer ganz schwer. Da hinten ist doch so, oder? Ja, den kriegen wir auch noch. Ja, kriegen wir den. Ein Feuerfall. Oh, da ist ein Panzer. Willst du den Panzer? Und wie ich den Panzer will. Ja, Gönnung. Oh, da kommt ein Warthog. Sag, ein böser Warthog. Aber brauchen wir noch einen Warthog? Ich habe gesagt, der ist böse, also schließen. Nico, da ist noch einer. Mein Feind, sorry. Oh Gott, ich hatte uns. Hinter dir. Oh. So gut, ich fahre noch weiter. Tschüss. Er ist einfach gegen die Wand gefahren. Er hat selbst erledigt. Gut. Ich habe ab, Nico. Folgst du mir? Es tut mir leid, ich kann nicht schneller. Gib doch schon mein Bestes. Ich bin gestorben. Ich bin einfach gestorben. Weil du gegen mich gefahren bist. Nicht erwartet, dass er so ausartet. Oh, scheiße. Bonst du wahrscheinlich direkt vor mir, ja? Nein, die sollen aufhören. Ja, kackt viel. Ich war ja einfach gut. Liebst du eigentlich wieder? Ja. Ja, ja, ja. Ich watschel dir hinterher. Okay. In langsam. Verzicht ich dich, du Fliege. Batsch. Biers. Jetzt hört es einfach auf. War gerade so schön. Oh, da ist noch ein Loch, Nico. Ein Leuchteloch. Du hattest mich bei Leuchteloch. Oh ja, hier macht den Fliege weg. Mach ich. Yes. Laser. Oh, da lag noch einer. Da ist noch einer. Ich trau mich nicht zu fahren, wenn du graben bist. So, jetzt. Doch, doch, wir machen das hier. Hier durch. Wir sind ein Team. Ja, mein Panzer explodiert hier fast. Ach, Quatsch. Guck dir das an, der qualmt schon ein bisschen. Das wird schon. Ich sehe dich sogar da drin. Richtig konzentriert das Teilfahren. Das ist ja gut. Oh, warte, nicht den Panzer abschießen. Nee, ich schieße das Stege-Dinge. Bei außen rum. Du musst jetzt alleine klarkommen, Nico. Du schaffst das. Du lebst aber noch. Ja. Das ist gut. Bin du außen rum gefahren, das meinte ich. Ja. Ja, ja, ich komme mir ganz gut klar. Ich muss ja eh den gleichen Weg wahrscheinlich am Ende des Tages gehen wie du. Wahrscheinlich. Ja. Ich bin hinter dir. Cool. Ich bin in der Panzerfahrt, wie hier bei der Brückenmission. Wie, dass das funktioniert bis jetzt. Oh Gott, das ist eine... Das ist etwas abgebrochen von meinem Panzer. Ey. What the fuck, wer schießt der auf mich? Oh Gott. Pass auf, Nico. Alter, was? Ich wusste nicht, was das war. Ich auch. Ich glaube da... Nein, Felix, wir sind hier. Warum denn? Ich glaube da war so ein Typ mit einem Raketenwerfer. Aber wenigstens in unserem gemeinsamen Fahrzeug. Ja, guck mal, das ist doch auch was wert. Ja, diesmal ist es ganz. Okay, nicht mehr, aber... Da oben, ja. Gib ihm. Ich würde es hier. Okay. Senkt. Sehr schön. Wieder... Äh... Äh, alle tot. Stirb. Ich sage ja, kein Zwischen-Checkpoint eben gehabt. Hol den Panzer. Hol den Panzer. Gönnen. Oh nee, er fährt fast runter. Du kannst ihn trotzdem übernehmen. Ich renne. Ach so. Äh, ich habe nicht gesehen, wie du rennst. Nee. Aber dieser feindliche... Nein! Der hat den Wartok in Abbruch gefahren, die Semmel, ey. Cool. Für den ist er nicht der... Der Bombe rein. Tup! So, jetzt. Ich habe schon ab. Das hol ich mir. Das ist jetzt meins. Ah, ich komme da her. Oh, scheiße. Habe ich so gesagt? Aber ich verkacke. Äh... Geh auf, du Tor. Geh auf. Ich kann nicht stelle von... Ich tut mir leid. Ja, diesmal... Diesmal fahr ruhig vor. dieser war ich dir nicht rein gesunder wettbewerb gut jetzt wird er vorbei ja kommen wir uns nicht so in die quere dieser soundtrack so gut ist es getan ich liebe es oh ja 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 geil da schießt schon wieder jemand diese fickflap ne dieses große roboter ding es wollte mich greifen das ding kann mich greifen lol ihr kriegt mich nie ihr schweine ist da was drinnen gottes feindlich es ist so feindlich oh scheiße da kam ich nicht durch ist doch unser Schiff okay jetzt würden wir den Raketenwerfer gut finden ja irgendwo war der gerade treibst du noch wie die auch richtig die die Fahrzeuge umdringen können und sie dann übernehmen und so ein scheiß das ist richtig clever geworden der Gegner der kann also so eine Maschine der kann nicht greifen mit dem Panzer drin also greift den Panzer einfach und hebt ihn hoch oh Felix ich bin tot verdammt du musst überleben ich lebe wieder gein keine ahnung wie ich darf nicht weiter fahren ich muss mein Schild aufladen hier sprengt sich alles ich glaub da oben der Sack ist das ein richtiger Pimmel Aua ja das ist er er hat mich getötet oh du musst das schaffen okay den wieder okay aber ohne Panzer ja schon Trauerspiel ja wir haben die Kampfkraft verloren nicht mehr über 8000 mhm oh scheiße ah ah der schießt da auch auf den Panzer rauf der macht unseren Panzer gleich was hier los gib ihm nicht da mit drauf ne schade oh Gott Felix oh Gott das war aber ein schöner Boost über die Ecke bin ich ja ein bisschen stolz der ist weg oh da hinten da ist der Pimmel nein der Rechetenwerfer Dully hat er dich? ja das ist aber auch ein Rechetenwerfer oooh der ist ja nicht der ist ja nicht klein zu kriegen der gefährdet die Kugel die anbefinde wie auf dich zuremnt der Rechetenwerfer den Rechetenwerfer du bist im Kreuzfeuer Niko ja ich merke verpisst euch alle wenn das nicht machen ich will das auch nicht noch mal machen bist du wieder da ich bin wieder da da war los ich glaube wir sind hier hinten weiter oder hier sagst ich komme zu dir das sieht richtig aus auch können die mal aufhören niemand mag euch okay hilfe oh panzer felix ja ich kann nicht schneller der ist weil anscheinend ist der übernommen vom feind doch was er guckt mich an die hüpfen du weg eigentlich noch mal den knopf drauf naja aber ich will es ja nicht kaputt machen da hast du dir das einfach reingesnackt ich glaube es nicht willst du den haben ne mach ruhig mach ruhig felix mach ruhig ich hab den ja nur noch rausgeprügelt damit du das machen kannst ja dann so guck ich hab ein rave gerne dann oh gott diese fliegeldinge hey mich hat's zerfickt ehlendig zerfickt überlebe steig aus oh gott flieh felix flieh doch schon wohin oh gott oh hier rein oh hier rein oh hier rein werden wir glaube ich mit dem Panzer eh nicht durchgekommen kommt mir vorher oh du liebst wieder oh die Musik ja nur so remixed yes die frage ist ziehen wir das heute durch ich weiß nicht wieviel noch kommt ich weiß jetzt nicht welche Mission sind wir jetzt also wievielter steht keine Zahl das ist das Problem da muss man sich höchstens ne Missionsliste raussuchen die frage auf jeden fall sind wir aktuell noch gut dabei ne ja wir haben jetzt Bedauern 9 dann haben wir Seilig is in Boar 10 ich glaube das ist 11 kann das sein oder haben wir dazwischen noch eine Mission geschafft coole Frage das ist jetzt die dritte Mission oh ficken mich hat es zerlegt mich hat es zerlegt oh nee felix ja alle Hoffnung liegen nur auf dir geil wo sind die kleinen Roboter ich will die zuerst ausschalten die Flut die Flut die Flut da war ein Schalter hinter dir ist ein Schalter ist das ein Schalter ein Terminal ein Terminal sind wir ein Terminal rechts von dir da auch noch fick dich oh Gott da kommt die Flut Team Kamerad im Kampfgebiet nicht sicher oh was ist das denn was da oben rumschießt ist das ein Riesending oder was das ist so ein großes sehne diese tausend Nadelwerferschüsse da sind Laser links von dir da gibt es besser gegen das Ding gegen die Fliegenden habe ich das Gefühl sind die richtig gut konnte jetzt ziemlich schnell bist du nah genug dran ja kaputt ok nice und da war noch ein zweiter Laser falls der jetzt zwar alle ist ich bin wieder da ich bin wieder da warum spawnst du direkt vor mich wollte ich sehen ist ja nett so und hier ist das Terminal ja aber da sind noch Flutsch oh mein fucking god wo ist ja gut Flut hör auf ganz ja verstanden hä der ist grad Hardcore weggeploppt bei mir sich richtig teleportiert hat er sich wo ist der Robo oh warte scheiße da war doch gerade so da was wir haben können wir? ok ja jetzt können wir gib ihm ich kann doch mal es ist ungewöhnlich dass in all the exploits of these arbiters you never mention their role in choosing their missions of redemption there is no role Oracle once one of our commanders becomes an orbiter he belongs to the hierarchs these hierarchs they are the same high prophet who control all the holy relics you collect from my time the same and they use these relics to build your new weapons and we need to warn your gods it has always been so here is no sequence i hear's nur ja komisch kann sein dass wir getötet worden sind aber wir sind ganz woanders ah bestimmt naja dann ist es jetzt so wir hören ja den sex ja ah wir sind wieder hier dachte ich mir so ein bullshit oder dass sie genau immer an solche Stellen sind ja ich meine da war ja auch sichtbar kein Gegner mehr ich bin sehr sicher wie ich wie ich kann und du hast nie nie die 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 Ich habe noch ein paar Fragen, aber ich habe noch ein paar mehr für dich. es wird uncool ein flood weg mit euch allen ist der große noch neben mir ich würde richtig zernichtet irgendwie von hinten keine ahnung das ist aber auch ätzend du willst nur so einen scheiß terminal misst dir angucken jetzt bin ich wieder nicht so sicher kannst du sonst vielleicht oben wieder zurück gehen wo wir gekommen sind irgendwo da ich bin da glaube ich habe er ist ausgeschaltet wo am boden durch gestorben dann müsste jetzt mein kampf gewähr liegen ich habe mit alien waffen macht das gar keinen spaß funktioniert auch überhaupt nicht hier geht es runter hier liegt in so einem kampfgewehr kampfgewehr hast du es da ist es gut ist das top ist geil hier ist normales maschinengewehr und du willst das ist doch scheiße deswegen kann man das hier auch nicht machen mit dem terminal so richtig Felix kommst du? ja ich komm schon da kommt die nächste food ich meine ich bin jetzt nicht super heiß auf die terminal sequenzen die sind okay aber meistens sagen sie dir was eh im spiel passiert so das ist richtig sie sind trotzdem ganz nett aber ja also wenn man die finden kann dann gerne aber jetzt extra da das ganze nochmal so wiederholen wenn ihr trotzdem nervig sag mal drei plasma dinge abbekommen das ding steht äh es ist kaputt uuuhuuhu aaa der hat mich kaputt gelesen du schaffst das lieber du schaffst das ich bin mir nicht so sicher doch wo denn? da oben so ein pisserneller ey das ist doch eine scheiß position gewesen du hattest das gleiche problem wie ich Bist auch nach hinten gegangen und war... Ja. Oh Gott. Da waren da auf einmal zu viele Platz. So eine Schmutzstelle. Ah, sie greifen schon wieder mit ihren Fäusten an. Wo ist denn jetzt hier der... Hier gab es doch irgendwo einen Gang. Ach, da hinten, da hinten. Mich jetzt hier gar nicht lange aufhalten, die scheiße Respawned eh tausend mal. Oh, da war doch irgendwas schönes. Die Karabiner war da. Okay. Äh, 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 weg hier. Ein Drecksgegner, ey. Ich wollte zu welchen Kampfgewehr. So, ich lass den Großen jetzt Großen sein. Ich rush die durch. Ja, und dann ist hier jetzt schon eine neue Höhle. Dann können wir hier runter. Bist du bei mir? Yes. Nee, wir kommen nicht wieder raus. Oh, nicht gut. Der hat mich ja wirklich schroten. Oh Gott. Ich laufe ja schon. Du bist da. Okay. Ist ja auch nicht zurückgegangen, oder? Das sieht einfach genau so aus. Oh Gott, der hat ein Schwert. Boah. Schnaps dir, schnaaps dir. Verprügel die. Komm mal her. Ich hab so viel Angst. Das ist natürlich die Frage nach dem Weg. Sehen wir in der alten Version, wo das lang geht. Oh Gott, meine Hand in der alten Version sieht sehr nett. Aus. Föde denn. Zack. Er hat die Flatten Schild. Ein scheiß Schild. Ehrlich jetzt. Der wird Schild auch noch. Ja. Ah, da oben ist der Gang. Eine Etage höher, Felix. Ja, ist es. Wie komme ich denn hier auf? Hier. Ja, an der Seite. Kommt schon wieder eine Flatt hinter uns her, Mama. Hilfe. Aber du kannst dir auch nicht von hinten erschlagen, die Flatt, ey. Bringt auch nix. Äh. Oh Gott. Watz. Oh, das ist ein Bazooka. Oh ja. Oh scheiße, ey. Spring. Oh Gott. Da. Sag mal, die Flatt hat sich gestapelt eben. Da war so ein Typ mit Maschinengewehr und auf ihn draufgelegt. ein anderer Flatt mit einer Bazooka. Soweit ist das schon. Das ist schon eine krasse Taktik. Müsst du es übernehmen? Ähm. Ich habe vielleicht gerade zwei Ghosts mit einem Streich damit erledigt. Das war vielleicht nicht so cool. Oh Gott. Oh Gott, das ist feindlich. Ich fahre einfach weiter. Oh, so ein... So ein... Ja. Wir sind... jetzt eine Einheit. Äh, Nico, ich weiß nicht wo lang. Felix, steig ein. Oh Gott. Ach, da hinten müssen. Ich hab doch einen Panzer. Oh Gott. Ich wusste es nicht. Oh, ich kann so schön sie einsteigen. Ja, brauchst du nicht. Mit einem Panzer ist das ein Panzer. Geil. Und du hast dieses tolle Maschinenbewerb. Hier geht's lang. Ja, gut, ich war mit dem Panzer. Oh fucking Gott. Ja. Ist da ein Weg? Nee. Oh Gott, ich steh nicht gut. Ich steh nicht gut. Nee, oh. Ich bin jetzt einmal in den Kreis gefahren. Kannst du da haben. Wirklich? Du, jetzt hab ich... Ich bin jetzt an dem Punkt, da hab ich die Artikeln verloren. Ja. Obwohl, es kommt mir jetzt nicht bekannt vor. Da ist ein Panzer. Ich düse einfach hinterher. Da ist ein Panzer. Oh, oh, oh. Ich fahr vorwärts. Ich geh da. Oh Gott. Du hast irgendwo gemacht, Nico. Oh Gott, hier ist so viel los. Ich bin explodiert. Du bist tot. Oh, ich lebe wieder. Ich lebe wieder. Cool. Oh Gott. Sorry. Das Ding kaputt, das Ding ist kaputt. Oh. Ah. Da, fick dich, Flut. Aber hyperhart. Da ist der nächste Panzer, der auf mich schießt. Ja, ich helf. Ich hab Angst. Bin ja da. Mit dem muss ich mehr zielen. Krass. Oh. So, ist hier der Weg, oder was? Oh, ne, schätzungsweise. Das sieht zumindest regig aus. Oh, was ist hier? Da kommen ganz viele Gegner raus. Oh je. Gott. Die haben, die Flut hat hier die kompletten Geschütze übernommen. Oh, scheiße. Oh, die hauen die Kisten um. Oh, die hauen die Kisten um. Oh. Uff. Töne mal Ruhe hier. Schicht im Schach. Okay, ich komm hier nicht durch. Danke. Hello. Oh. Oh. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Ich bin ja schon da. Wuhu. Au, 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 au. Jetzt haben wir es geschafft, oder? Nein. Ich bin ja schon da. Sehr feiglich ist also nicht dabei. Ich tue mein Bestes, um euch die Flatt vom Hals zu halten. Oh. 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 Oh, 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 oh. Ist noch nicht vorbei, das Kapitel. Ich dachte jetzt schon, das wäre Ende der Mission. Ich auch. Guck mal, ich kriege einen Bazooka. Sehr schön. Ich habe die maximalen Arschloch-Waffen. Ich habe hier die Plasma-Pistole und dieses Plasma-Gewehr-Dings da. Oh, oh, oh. Also beides Waffen, die bei der Flatt nicht so geil ist. Mhm. Aber wenn die hier runterkommen, wir ein paar erledigen, dann habe ich wahrscheinlich ein paar Menschen-Waffen, die ganz geil sind. Pist. Oh, da sind sie ja. Oh mein Gott. So, liegt hier schon was? Nee. Die kämpfen mit Laserwaffen. Oh, der, da hat er beinahe eine Schwert. Das eine hat ein Schwert. Oh fuck, ich bin reingerannt und wurde erschlagen. Ja, ich auch. Aaaaaaah. Ohne Ziel werde ich unruhig. Ey, Partner, Partner, gib mir dein Schwert. Geht das? Ja, das geht. Wo sind sie? Die Flut, wo ist sie? Na, das hat nicht funktioniert. Ey, ist das Ding viel zu schnell. Oh Gott. Bist du tot? Ja, reinrennen ist nicht so schlauig. Ich bin in den Rücken geschossen worden von meinem Team. Weil die halt auch auf die Platze schießen. Oh Gott, hier sind so viele. Hier sind so viele. Und dein Raketwerfer liegt hier. Falls es deiner war. Oh fuck. Mich hat es erledigt. Der Schrohtyp. Wenn du ein Stück nach hinten gehst auf dem Dings, könnte ich respawnen wahrscheinlich. Wo bist du? Ja, zumindest bist du eben ja auch respawned, oder? Ja. Dann muss der Typ da, muss halt noch sterben. Hm. Ist er wieder da? Nee. Der muss so überleben. Wieso fliegen die so komisch? Oh Gott. Ah, Vorsicht. So geil ist der, der kommt nicht. Hinter dir, hinter dir, hinter dir ist auch einer. Hast du noch Granaten? Du hast recht, Nico. Spring! Oh Gott. Links, links. 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 Oh, ich bin da. Da ist er nicht, Kogit. Der wird so vermisst. Vor allem, weil unsere ganzen Leute auch tot sind. Oh fuck. Also wenn du irgendwie Menschenwaffen hier rankrihst, dann schnapp dir die, ey. Ja. Oh Gott. Oh, da hat der Schro... Ah. Wo bleib ich den? Hast du den mit der Schro? Ah, der liegt hier, willst du haben? Nee, nehm du. Geil. Hat gar nicht so viel Boni, ey. Nee. Ui, da ist was, das nehm ich. Hier ist ein Schwert, wenn du haben willst. Und ein Bazooka noch. Oh, da nehm ich das eigentlich wieder. Die Bazooka ist... Wo? Hier auch irgendwo. Bin hier grad rüber gelaufen. Oh Gott, mir wird sie nicht angezeigt. Nein, sehe ich sie nicht mehr, ne. Keine Ahnung. Oh, egal. Ich bin der Meinung, ich hatte sie eben noch gesehen. Ich glaube, die nächste Ladung mit späteren. Und ich glaube, der hat ne Schrot. Komm rein. Oh Gott. Oh, jetzt werden die gebrutzelt. Von unserem Schiff. Sehr gut. Sehr geil. Oh Gott. Da ist immer ne Schrot. Ah. Die verstecken sich hinter das Wand. Auf was Nico. Die Menschen sind schon drin. Die wir ihnen haben. Sieg bewacht zur Teilhungstellung. Boah. Bist du tot? Ja. Und jetzt nicht, gell. Also die Flat ist hier einfach nochmal ne Nummer ekliger geworden. Ist er auf der versteckenden Seite. Vor allem halt auch der in Cain ist deutlich besser geworden. Also, dass die jetzt sich verstecken, äh, Hinterhalte irgendwie planen. Ach, ne Sport, ja. Dass sie zusammen irgendwelche Fahrzeuge mounten. Ehrlich, gefährlich. Und werden die noch gefährlicher, wir werden es sehen. Ich finde aber auch schön, dass sie jetzt den Menschenwaffen ganz oft hier so ein grünes Leuchten noch dazu gegeben haben. Mhm. Ich mag das. Schick. Was geht bei dir? Alles okay noch. Okay. Unser Schiff schießt auf irgendetwas. Na, da muss da unten was sein. Da unten sind so ein paar Flat, ja. Eik. Hallo. Hallo. Da war halt einfach mal ein Visier kurz weg. Hinter dir. Oh, ich hab mal ne Katze. Also, mit so ne Texte. Naja, so ein Lade-Dingsbums da. Mhm. Okay, hier geht's rüber. Wee. Cool. Da hast du überall schon Flat-Schleim an den Wänden. Mhm. Mhm. Ja, wieder hier Bibliotheks-Modus. Ob das... Auch schon wieder. Ich mach doch gar keine Bibliothek. Wie sah das früher aus? Ja. Eher wie Halo 1. Ja. Total wie Halo 1. Ja, oder? Ja. Ob da auch was in so einem Gang drin ist. Das war auch so ätzend, ne? Dass man diesen Grenade-Jump machen musste. So, man muss in der Weg. Hier. Hier, das sieht gut aus. Ich weiß gar nicht, was hier abgeht. Aber sicher. Was passiert. Wissen Sie, Ihr Vater hat mich auch nie um Hilfe gebeten. Der Index ist sicher. Mackenzie, Paris. Sind Sie raus? Hören Sie mich, Marines? Wir haben Probleme. Verdammt! Wie läuft's? Wie läuft's? Sargent, unten bleiben! Johnson, alles okay? Johnson! Ausgezeichnet, Gebieter. Die Reichen werden zufrieden sein. Das Symbol ist meine Verantwortlichkeit. War Ihre Verantwortlichkeit. Jetzt ist es meine. Ein blutiges Schicksal wartet auf Sie und den Rest Ihrer inkompetenten Rasse. Und ich, Tartarus, Häuptling der Brutes, schicke Sie dorthin. Wenn die Propheten hiervon erfahren, sind Sie erledigt. Wenn Sie es erfahren? Na, Sie befahren mir das zu tun. Und ich weiß, Sie befahren mir das zu tun. Und ich weiß, Sie befahren mir das zu tun. Boi. Brave Mind. Verräterus ist ein Verräter? Wer hätte das gedacht? Nein! Arschloch! Gut, das war's jetzt mit der Mission. Bei mir steht Heiliges Symbol, war wahrscheinlich eine andere. Keine Ahnung. Das Leben war Quarantänezone und das ist jetzt Gravemind. Okay. Dann geht's da jetzt weiter. Okay.